1 los geht's warte jetzt ist los muss sehen also da das schon Tor macht Tauern ja ich mach den Tauern so ganz starke Aktion von Pascal wo aggressiv er wird aggressiv wo man sich alle in der Züge in Wurzeln hoffen und dann trifft sie noch nicht machen so ein ist so und knappes Scheißteile der Aufkommensbau noch man hat nicht viel Leben Arsch Scheiße, 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 Scheiße. Alter, wie lang geht denn das? Loll. Friss Scheiße! Ach, ich bin jetzt so schnell, Mann. Du musst nicht stoppen. Boah. Er ist abgefangen aus dir. Boah, Scheiße, Clemens, komm. Nein, ich wollte grad diesen Scheißschuss machen, Mensch. Ida, Ida, Ida. Fuck! Oh, Mann, das ist knapp, ey. Mann, ey. Heidenei. Echt, ich wollte grad diesen Scheißding machen, weil ich gesehen hab, dass der noch so wenig hat, in mich reinläuft. Oh, echt, das ist ärgerlich. Der war auch, ey, so ein Zweig für dich, ein Dreadschirm. Man, er kommt gleich, gleich rausklappen. Oh, oh. Nein, das gibt's doch nicht. Nein, das ist doch nicht wahr, Mann. Das krieg dir gewünscht. Mein Gott, Alter, jetzt verpisst euch doch einfach mal, Mensch. Oh, Mensch. Wir müssen alle uns vermachen, ey. Scheiße, das halte ich aber eh niemal lang aus. Knall. Naja. Jawoll. Oh. Ich wollte noch weglänken, Mensch. Oh, das ist ganz wie dieses Spiel hier. Ach man, es kommt schon. 1200 wird so scheiß Stiefel ausgegeben. Mensch. Eieiei. Kann man aushalten. Ich wurde gekillt in 12,78 Sekunden. Das ist aber nicht sehr berauschend. Ich habe nur noch 13, schade. Ja, ich wurde gekillt in 0,4 Sekunden. Ja. Jetzt gehen wir jetzt. Jawoll. Du wotis Sauheld, das gibt's doch nicht. Ah, da war ich nicht. Clemens, komm. Heil, kriegst du. Tut auch nicht. Ah, kriegst du nicht. Das war ja kein Clemens. Für mich. Boah, Clemens, Clemens. Wie meins. Ich hab für dich gesloten, Mann. Ah, verdammt. Komm, ich möchte ihn doch. Nein. Ah, was? Hund, Mann. Überleben. Nein. Mensch. Ach, verdammt. Echt, ey, so ein Scheiß. Was? Es kommt die Vasallen raus und der wird noch gekillt. Das würde ich so lachen. Das passiert vermutet aber. Ey, ich schaff, aber vermutet, das ist halt zu viel. Wie hat die nur auf Leben spielt den Scheißlacker, ey? Es bringt aber gar nichts. So ist Spiel ist viel besser. Ich würde sagen, dass das schreit nach Mario Ranch. Auf jeden Fall. Das war's, Freunde, die sind heute. Ich nehm das jetzt mal wieder vorweg. Den ab, Clemens, euer, ähm, mir Game Maker. Der ist ziemlich scheiße. So ein Geziel. Nimmst du auf? Und das läuft schon. Ah, es läuft schon. Das war scheiß Unfell, ey. Nein. Sorry, 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 sorry. Oh, überlebt, überlebt. Sorry, Mann, dass ich gerade gesteilt habe. Nein. Ack, Mann, 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 Mann. Na, verdammt, schau. Warum hab ich keine Mana? Egal, mach nix. Das war nur der erste Geenklapp. Der erste Feind. Ich hoffe ich habe jetzt genug Lebensraub Dankeschön für den, dass du mich gekillt hast, das kannst du mir was Neues holen Ja, jawohl Was hat das da? Bäm Das ist prima, das verpiss dich Ja Ja Wahnsinn Wahnsinn Ich habe alles zurückgehört, scheiße Ähm Ach, nimm's ruhig Yes Achtung, Achtung auf Freemann auf dem Ah Nein Sehr gut Sehr gut Clemens, gut ist die Scheiße Ultima, ehrlich Ja Warum der Tower, warum, 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 warum Moin Komm, eine schnappst du Nein Gibt's nicht alle, die haben fünf zusagen Oh, das gibt's echt nicht, Mann, jetzt reicht's dir, das ist doch nicht Ich weiß Ab einem Frosthammer ist Riven OP, auch dann So items, das ist doch unglaublich Scharnig Ich weiß es nicht, wie so einer und da sich Soll ich da reinlaufen? Nö, gleich da oben Setz sie unter Druck Ach, Mann Ach, Mann Fuck, Mann Warum Scheiße Der letzte Pixel hat mich da noch rübergezogen Mensch, Mensch, Mensch Oh, kurz mein neues geiles Licht an Oh Gott, das ist doch unglaublich Schieß Freakill für dich Ich steh die wieder auf Leben, Mann Naja, hab ich gleich wieder Schieß einfach, so gut du kannst Mach Druck auf den Parker Wie soll ich Druck machen, wenn ich war Rick, ey Jetzt kommt wieder Lux Das ist doch mal ein schlechter Witz Das ist nicht so schnell Ah Jetzt mach den Stun Das ist mir ja neu Alter, wir dürfen nicht auf Riven gehen, Alter, die ist einfach behindert Das ist einfach nur ein Schuss Mann, 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 Mann Oh, man, Mann Komm, schaffst du, schaffst du, Towerkill, Towerkill, Towerkill Super Saiyajin Super Saiyajin Ich hab zu viel Leben, die ziehen mir nichts Ich hab zu viel Leben, die ziehen mir nichts Ich hab zu viel Leben Ich hab zu viel Leben Scheiße Das ist ne Problem Du Scheiße 525 Das ist neuer Die weiß ich nicht 525 Auch die haben wir in von Drl, 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 Drl. Drl, 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 Drl. Drl, 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 Drl au hat heißt sie scheiße und mann und dann liegt es noch weniger zu spritzen startet man noch einen Kotzkampf ehrlich war es ist ich per die Spiele Scheiße ja er war mit Schleuner zwei Fläder der Verloren 8 der Sprechmann war ein 3 es sei ihr kriegt man das hier was ich noch mal noch kommt was wir auch noch mal was man hat eben gehört sie noch die Kinder mit der alle Wippen wir kommen und da ist er auf den einen abgekriegt man ja noch nicht so ein B-Nast-Kind-Werning Prozent Prozent oder der Bauer von nebenan ist erneut der Kurs für D-Bahn nicht genau das ist wohl mein erstes Alte und Freude es ist jetzt verstanden alle und dann muss sie eigentlich extrem viel schief es geht doch unruhig nein ach scheiße er hat gut 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 was ein schützten ist ja sauntentrennungs nur ja sehr gut ja schon Aaaaaaah Alter das ist doch ein Scheiß Und es läuft schon Was läuft schon? Family Geist Ey Ich nehm dir das Oh das hat schon einen Schaden gemacht Natürlich ich habe voll Magieresistenz durch Drängung Magieresistenz durch Drängung Scheiße Was ist dann lustig Oh Mann Ja Boah wirst du Stress? Willst du Stress? und die sich durchkommt müssen wir beide scheiße empfohlen da ist nicht verloren ich glaube weil sie ja im shop steht unter verloren gib auf du hast keine chance ja im Frühjahr geworfen hast du deine Scham vergesst was ist mit verdammt der hat einfach keine Chance Siljan gegen Fitz da ist einfach keine Chance da wartet nur um dir eine Zeitbombe auf dein Hirn zu pflanzen auf dein Hirn zu pflanzen das klingt oh man das klingt als ob du erst in drei Jahren explodiert Pascal Pascal wir haben mich schon unterbrochen wir haben meine Meditation ja der steht da noch was du bist doch geh weg aus dem Basalm geh weg aus geh weg aus geh weg aus geh weg aus geh weg nein Alter ich hab meine Mutti an los oh warte wow scheiße ich ne ja Ramos ja ich lass mir sein Alter du hast meine Ulti und machst nix meine Fresse ich bin mir wäre das peinlich ja 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 komm her du gürtel hier warte aber was wie geht hier ja die Bombe scheiße oh gutes doch ich komm hier denn der kann eigentlich nur verspotten und ihr müsst euch eigentlich nur aber am ziel ja den hoch fieten dann habt ihr gewonnen ich bin eigentlich quasi nur dazu da um verhindern dass ziel ja gekillt wird das ist das einzig was ich hier machen muss ja natürlich aber er macht auch keinen schaden ich mache es quasi komplett unnötig ich habe gesagt auf drei massen und sparen ziehen und das hast du gesagt dass drei was ja ja auch scheiße egal und er kommt noch mal zurück naja ach du scheiße ich bin ja mal wie geht es aufgaben schnell 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 sind wir auch nicht ja aber wenn er so borte da müssen man geht immer erst auf artikeln und die scheiße macht ja meistens schaden ich habe noch verlangsamt mensch die ich weiß nicht oh scheiße das ist doch das ist das bringt jetzt auch nicht wirklich viel ja du musst auch mal zu hart machen mensch Stoffen Schreifen 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 Oh Gott Clemens Hau ab, das gibt es Alter, das ist Nein 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 Jawoll Nein Nein Seid schon einmal gekillt mit so einer Scheiße, Mann, und da kommt nix raus Wie gesteht er? Ja, jetzt bist du hier Auch ihn Ich glaub den euch, Polacken power Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier Weg hier Oh, das hat gerade gekriegt Alter, wie es direkt Scheiße, alle nicht Ich gehörte in Stärke Ich hab uns gehi- oh oh Achso Ich hab grad gedacht, warum steht der Fiss schlägt zu Ähm Scheiße, gerade ist Stunkenklass fertig geworden, fuck Verdammt Nein Nein Das ist auch noch gut Das ist auch noch gut Ach du Scheiße, ja Hast du ein bisschen draufgegangen? Gieß du dich nicht hoch? Scheiße Das ist auch noch gut So Ich hab uns nur das Ne, das ist so Ich hab das Ich hab' eh Geh das Ich hab' eh und tschüss erler wird die ausklinken eine gekillt wird dann es ist die ulti weg denke dass sie wird auch auf jeden scheiße wie schnell du bist aller nicht wie der mich da reinste der drecksburg er geht rauf man neun die weg die weg aber es kann Nein! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Nein! Der sieht! Der sieht! Der hat scheiß wie gezogen, ne? Ich bin voll reingesprungen, da wieder weggefetzt... Ja deswegen hab ich den auch auf mich gemacht und nicht auf dich... ...woll das hätte ich nicht geschafft. Der ist im Gebüschicht! Auf ihn! Nein! Scheiße! Fuck! Wir verlieren die Scheiße jetzt auch noch aufs Gisternisch! Scheiße! Er verreckt schon! Verdammt! Scheiße! Wir müssen uns was dagegen einfallen lassen! Na gut, also ich hab auch gegen die Regeln verstoßen! Der Clemens hat sich richtig gelohnt, gell? Ja, ich weiß, ich bin Supporter, hallo? Scheiße! Auf wen gehen wir? Auf wen gehen wir? Auf wen gehen wir? Gehen wir auf die Pflaume! Fuck man! Jetzt wird aber Gretais aufs Maul, ey! Du musst einen kriegen, ja, und den anderen, der ist eigentlich egal! Sauber, saubere Sache, saubere Sache! Schein verspotten! Nein, das war kein Wissen! Wen... Ne, 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 ne他們! Gib dir was Johk Verdammt Hau einfach ab Was? Oh, was war mein Leben? Leggwieser war's Oh Portugal Verdammt Verkauf ergebildet Jetzt weg, jetzt zurück! Die wollten mich nur killen, damit jetzt frei waren Hau meine die Lakkai Die haben mich in der Mangel Los! Los! Los die meisten auf dich ja 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 wo ist deine Ultimension verdammt ich bin tot Lauf Pascal, Lauf, 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 komm mach dein komisch n' Jump ja, ja, bin schon dabei ja, ja, bin schon dabei ey, das ist doch echt unfair, ey das ist unglaublich ey, das ist doch echt unfair, ey das ist unglaublich, ey auf, komm jetzt hier durch, mach Tower der hat nur 1300 so, jetzt können wir es mal probieren ja geht in die zweite Runde die Frage, wenn du jetzt durchziehen dann solltest du es erstmal killen lassen ja ist mir eigentlich egal wenn du, wenn du, ne das geht nicht wenn du dich killen lässt dann habt ihr verloren was ist doch blöd so sieht die Zeit aus, ne oh sorry, das wolltest du ja wo ist das GETTRA Nein, lass mich stehen. Den müsst ihr ignorieren. Warte noch, was da warst noch. Die A-Pown, Alter, wenn ihr zu viel Schaden macht, ey! Oh, das gibt es doch nicht. Mann! Das ist so wie es mit dran muss, das ist so ein gutes Gefühl. Ich drücke die ganze Zeit Scheiß 4. Und ich bin der Schilder, der hat. Oma, 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 Oma. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Warte mal. Komm, geh mit jetzt einfach los. Lass einfach die Bombe arbeiten. 17 Sekunden. So geil, Mann, Silja. Du musst einfach die ganze Zeit rückspulen, hast wieder deine ganzen Attacken. Oh, oh, warte mal. Was? Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon. Komm schon. Scheiße, jetzt ist meine Passiv weg. Ah! Ah! Ah, jetzt ist es weg! Ja, geschafft. Schaden! Aber trotzdem werden wir alle meine Siege abweckern. Schade. Jawohl! Bestart, Silja, am Bestart! Arif? poster, Metastro, 부�? 他们 wie與 a suапui, Mesmi, vero pasa, job prone extert sketch content, Come on aus. Vielen Dank.